mit kein gegner was ist das da soweit bürger musste man nicht hier als erstes okay ich dachte wir mussten hier als erstes sind so habe ich nur einen schuss mit diesen raketenwerfer okay ich dachte wir müssen als erstes hier aber anscheinend nicht ist auch primär ziel gewesen da ist nämlich nicht am blinken aber ist nicht orange am blinken und andere ist nur orange kann ich dann mit dem raketenwerfer erledigen ist jetzt die frage dieses ding da du musst bei mir du musst mir helfen beim nachhinein von alleine kann ich nicht daran er sagt ihm nachladen erfreulich ich kann nichts drücken also musst du dich dabei hinhauken oder so ich kann nichts machen nein da steht nicht irgendwie dass ich irgendwann machen kann ganz ehrlich kann abhängen im stadt ding nicht machen aus irgendeinem grund aber schon mal hier sind ich hätte gerne unsere taktik ausrüstung also also ja heute jetzt verlangt haben wir auch arbeiten das ding die fabrik musst du leider erledigen ich habe keine granaten und kein kanal werfer gar nix ich sehe nur man da gerade aber kannst du jetzt nachladen ich komme der spurze konnte ich bei der benutzen kannst du nicht viel oder irgendwie so was drücken oder irgendwie also meine vorschau hat man auch nur eine person und soll ich da mit dem ding wenn jetzt noch halb so nutzen ich mach mal ganz schnell naja sagt wieder abgeprallt hat blöde okay pass auf wir sind hier liegt da ich brauche irgendwas anderes außer meinem raketenwerfer die materie gewährt okay meinetwegen oder kämpfen wir fast nutzlos also wenn ich etwas anderes mitnehmen ein bisschen schneiden wir mal mein gott die schnee kaputt damit was war das ding dann tolls abgefrogen schießt bloß nicht auf das leute so was I not ha 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 oder oder wir sind ja überall und gemacht natürlich okay aber ich muss sowieso spritznamen das ist irgendeinem raketwerfer wow 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 nein nicht nicht die vorigkeit nicht die vorigkeit damit die ganze zeit mich abschießt ich wollte nur eine jetzt werde ich mal ein paar normal pro mir nein 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 hat er trotzdem geschossen aber nicht getroffen zu aber bestimmt nach dem ich verfehlt hat wie viele raketenwerfer sind hier jeder von den raketenwerfer es hat keine bombe wer schießt uns von hinten ab niemand ist auch niemand ja mein gott dafür müssen wir hier nehmen und jetzt wieder dahinten wer hier so was glaube ich ja ich bin gerade hier dabei der terminal bedient werden wir sollen hier so ein postfach ich hätte die ganze zeit nur vom gast kommst du ja nein dann lässt mich nicht heilen der lässt mich sein ich bin schon wieder nachschub platz ich habe keine spitzen hätte nur von raketenwerfer die ganze zeit durch die gegen geschleudert war meine güte ich vermisse man gar nicht werfen ich vermisse man gar nicht werfen das nachgeladen nein 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 da war das schon wieder paketenwerfertypen da sind drei leute mit dem raketenwerfer die direkt nebeneinander stehen leute so haben wir es wie ist keiner von uns bisher verreckt ich habe wieder leichter gemacht das war die mission und da muss einfach nicht kaputt wo es dort da winken ja da hat es gerade auf uns geschaffen sehen wir uns zwar nicht ich glaube da war ein geschützter hin so einen dicken schuss gesehen und schuss auf dich fliegen gesehen wie geht es nach wie geht es nach wie geht es da ist ein halb ich mag keine hulks kann auf dem werk bevor er uns ich habe den getroffen hat ich glaube nicht da sind zwei ja ich glaube auch aber todes ich glaube es weg ich glaube es weg das müssen wir machen sind wir schon hier ja 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 bürger ich habe einen geschützplatz aktiviert aktiviert und zack und jetzt töten finden da hinten sehe ich schon eine ok kein problem bürger haben wir beide an unseren termnitz ich habe erst mal muss irgendwie wegbewegen und so damit hat wieder aktiviert wird oder so ich habe nur eine abklingzeit ja 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 ich höre gegner bei dir ja 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 ich habe eigentlich schon gibt es eine erweiterung wo wir immer glaube ich verlängern kann aber die habe ich nicht habe ich nicht aber bei nur eine so los schüsse ich glaube wir haben es ich habe auch eine los geschickt ganz ruhig ganz ruhig jetzt ist weg als ich erschienen bin wir können ja noch die übertragung versuchen zu zu machen und dann können wir daraus sind das spritzen denn ich brauche spritzen nehmen auch gar nicht ich muss hier ganz unbedingt haben irgendwann sagt er da schon wenn er mit sein essen mit seinen eltern redet und wenn er messen ist ich brauche spritzen was kann man ja mal eine spritze geben ich glaube ich habe nicht genug spritzen ich habe was anderes für dich tut auch weh aber es ist keine spritze hat mein vater so ein besser das gibt es gibt das gibt es gibt das ist es tut es tut es tut es tut es wird mir mehr wehtun als dir irgendwie glaube ich nicht sollte so leute gibt uns mal ein panzer oder so ganz nebenbei wir müssen drei von den erledigen wie sollen wir die erledigen wenn wir die nicht sehen können kaputt machen irgendwie ist ja nichts ich will noch ein und jetzt warten wir vielleicht kommen welche ich weiß nicht ob wir uns gesehen haben ja mein terminal oder schon am plan und jetzt muss ja hundertprozent stellen da auch hinter mir kommt wo kommst du in er weil ich doch gerade gespritzt weil es damit mein geht auf genau weiter rollen nach meinem tod ja dann sind sie gestorben hast du keine proben wir gehen schon mal richtung evakuierung da sind ein paar sachen aber wie auch ich habe den organ erledigt mein kopf treffen mit dem präzisionsgewehr alle probe getroppt jetzt gestorben hat eine probe getroppt ich sehe nichts noch gar kein airstrike heute eingesetzt so gott eine menge gegner aber dass mein detonation dagegen werfen nicht gerade gedacht immer noch so viel egal aber das ist ein schild typ aber dann schild weg und dann war er weg sein schild konnte ihn nicht beschützen von der geballten haus der freiheit oder rechts und gegner nein ich meine pistole nein aber noch ein kleiner kann man diese typen mit den ketten singen auch am bauch treffen weil die sind auch da irgendwie so rot kopf treffe ich auch nicht so gut ich möchte eine richtung evakuierung aber mit fokus auf die fabriken die im und darum sind noch ein störungs ding links in fabriken ich versuche mal präzisionsschlag einzuwerfen kann ich gar nicht es ist eine granate einwerfen ich weiß nicht wie ob ich in dieser mission schon durch die gegend geschleuert wurde durch irgendwelche ex musik heute sehr aerodynamisch ich kann mal versuchen er hat nicht getroffen scheiße doch ich habe noch neben geworfen ok tatsächlich kann sie können wieder tatsächlich einsetzen ja dreh dich zu mir um da schon wieder raketen aber da ist noch einer gott ist eine fabrik der fabrik sich gerade ich wollte nicht in der granat werfen ich wollte den orbitalschlag werfen du jetzt habe ich eine granate direkt vor mir ins gesicht von gegner geworfen hat mich selber damit können erwarte hier wenn die fabrik eingelandet war ja jetzt muss man aber langsam mal natürlich sind eigentlich der präzision ich habe mich da präzisionsgewehr eingesammelten gegner ich glaube sonst mit dem präzisionsgewehr macht den leiten schießen ja ich bin doch hinter der wand nein bitte nicht wieder in den felsen rein glitschen wo kam das schon her da habe ich bevor ich damit der ganate getroffen hat hat der nordding ist ja ich gehe schon mal weiter das ist eine riesige fabrik noch in der richtung aber ich glaube nicht erwarten wir doch immer da noch jetzt können wir vielleicht noch mal jetzt hier auf der seite da ist der fabrik noch bitte nicht mit dem nicht umfallen lassen ja ich gucke nur noch nach proben wir pro gegner pro bevor nirgends wo leute doch hier nur eine rohr so ein halk oder sagen bis euch leute ich gehe nach hause das hat sie schon gerufen ja überleben hallo kleiner bis wer gefolgt die ganze zeit und war auch da kommt noch eine gruppe oh gott da kommt noch eine gruppe oh gott oh gott viele gegner viele gegner irgendwo habe ich den nachzug platziert ich will nicht da hochklettert okay voll durch die luft geflogen nein ich war keine granate herr arbiterschlag das trifft garantiert voll vier sachen ich habe vier gegner getroffen naja elf normale proben ausgezeichnet oder schon wieder raketenwerfer ich verziehe mich natürlich muss der nämlich aber treffen einmal lustig gewesen wenn er nicht mit seinen raketen mitten in der shuttle reingeschossen hätte in charakter für diese mission gewesen für mich also gesehen ich da voll nach oben geflogen bin soweit nach oben geflogen kommt mein haus von da oben durch falsche an nicht gestorben da war schon wieder drei stelle das nur seite die operation ist abgeschlossen aber immer noch keine panzer aber ich glaube jetzt kann ich mir nicht wieder was leisten wir mit dem proben meist nur nicht mehr was es war verbeugung der verbeugung der random eingestellt mein charakter weiß wie ich mich fühle das ist eine höhere präzision dann er hat sonst geht ja ok das sind wir deswegen zum ich diesmal ich brauche immer nur sechs pro so dann ruhig mir mal was auch immer diese waffe ist hier eine explosive waffe ich hoffe die bringt der r336 beherrscht da zeit mal da gucken weil das ist ich hoffe ich bringe mich damit nicht selber um die ganze zeit sah ihr was jetzt mit ein paar panzer leute die intercontinental raketen besuchen und zerstören wir haben auch nicht zur auswahl ich denke man da kommt panzer vor weil da irgendwie so ein gebiet ist hier so ein persönlicher befehlgebiet oder ich glaube ich finde ich glaube auf den eis planeten tun wir die irgendwie mehr begegnen so haben wir wieder eine blitzmission als solz ja ich finde wie wir finden die nur bei so eis planeten irgendwie die meiste die zivilisten unter diesen linien gestrandet meine güte diesmal so primär hat sie müssen wir normalerweise immer machen herz erstes herz warte hier ist wieder kommunikations ab link da brauchen wir doch immer um die dinger zu öffnen naja so müssen wir es hat sekundär und die linie die geht auch von unten nach oben und das ding ist direkt von der evakuierung cool auf den rückblick machen so bombe präzise und schlag so leicht und ich weiß wie man den raketen werfern nachlädt nämlich wieder meinen grad granat werfer und man raketen werfer geschützt hast du schon da mit der abkling zeit mit dem adler ja okay darauf arbeite ich gerade hin nämlich ja in der nächsten level kriegst du eine weitere aufladung ist auch nicht schlecht da habe ich ja schon gegner ja ich habe jetzt andere erklärt leite wow wow selbst okay das ist so ein präzisionsgewehr nur exklusiv weiß nicht ob er hat gepflegt wir kennen sägentüben habe ich damit relativ schnell durch kaputt gehauen aber halbauto oder automatisch wie funktioniert das bitteschön aber da sind zwei raketen ich habe das ding wird jetzt auf dieses explosiven fast landen so wohin damit wohin damit damit terminale da oben ist hat ich glaube dass da ich passiert schon mal loslassen das weiß ich nicht reiche waffe ich habe es ja so gut wachwärts so für gegner mengen ich habe es reingesteckt gegner welche ok ich will kein mord einsetzlich wenn ich mal an den kopf gedrückt oh mein gott ok oh mein gott oh mein gott wird nichts für mich hat er erzählt damit man schon wenigstens was verschwendung der normale gegner mit zu erledigen ich meine waffe meine ganz normale waffe die ich gerade habe das ist ein exklusives präzisionsgewehr ich glaube ich nehme an den bogenwerfer der lag nee der ersatz meinen kanalverfahren ich dachte er wird mein präzisionsgewehr ersetzen ich habe so ein präzisionsgewehr hat mit jedem schutz in der explosion abfeuert nämlich an seine waffe aus fallout gewege ist da gab es auch so ein anti panzer scharfschützengewehr da kann ich sie damit fenster treffen warte mal ich glaube ich habe gehört in deinem kriegsanleihen die du dir geholt hast das ist die einzige zu kriegen da gibt es eine präzise eine primäre für die bachlöcher kaputt machen kann ich glaube da ist die die du jetzt ausgerüstet hast okay so habe ich mich doch gerade geheilt wegen meinen spritzen ich da ausgewichen bin 30 um das heißt man die geschütze ich glaube wir können beide erreichen wenn die sich umdrehen von der einheit umgedreht 21 hat sich gerade wieder weggerägt wie soll man dahin gehen ja nein die habe ich von der hatte ich habe mich herangeschossen also eine schießt auf mich eine cd ich traue mich nicht weiter zu laufen so nein nein orbital schlag nochmal ein orbital schlag ich wollte gerade ich tue glaube ich erst mal geschützt erledigen treffe ich glaube ich war abgeprallt ich bleibe erst mal hier so hat er sich gerade selber in die luft gejagert hat wer hat mir ein raketer vorgeschossen hat glaube ich gegen den boden geschossen sich selber in die luft gejagten laufen also die mann da hinten wenn ich mein geschütz hinter den werfe trifft hat vielleicht da hinten hat ja wir warten wir erst mal ein bisschen bis unsere sachen die abklingen und so naja mein adler ist eine minute 30 ich würde sagen dass mein panzer also ich das geschützt guckt hat nicht war eine geschützt zu uns weggedreht sich gerade versuch mal ja er geht auf den anderen das macht das geschützt kaputt was kaputt ja das kann man da als deckung verwenden ja da ist noch eine fabrik da wenn er hat man ja obwohl der eine ist auch mal auch ich glaube das ist ja die effizienz so weise über so eine großfabrik bisher gecheckt haben einfach so da gestanden soll kaputt kaputt ja da zwei jahren war sehr gut ich habe 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 eine fabrik warte mal kann ich nicht einfach treffen vielleicht auch mal die gk erledigen ich habe ich sage jetzt noch treffen würde ich weiß nicht ob ich treffe oder genau am treffen man ja geht mit dem mit dem gewehr zu machen kann ich auch mit meinen kanal werfer wenn ich damit treffen will die betonung liegt immer wenn ich treffe und hier würde ich die backlöcher zerstören wenn ich sie treffen würde da ist noch eine fabrik aber da sind auch viele gegner richtig hintermengen geschützt mit dem ding ja 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 ich muss ich muss gar nicht irgendwie ein bisschen höher schießen muss genau in den dingen glaube ich treffen ich hatte auch irgendwie so eine flugbahn oder irgendwie so was so warte mal noch bürger evakuieren schon wieder vergessen wo ist ich habe solche knochen hinterlässt na gut man schon fast mit meiner pistole ja guck mal da ist ein ich versuche man ja den ich treffe ja auch nicht natürlich lebt er noch so eine frage ist oh mein gott hey ganz ruhig ich habe schon gepiepen gehört bevor die überhaupt gelandet er ist deswegen auch jetzt stellt sich gerade zum auto gehst du dahin ich glaube da ist ein heik der grad auf sich zukommt ich bin mir nicht sicher ich habe immer ich habe immer dickes geredet ich versuche damals von hinten zu schießen ich meine sehr gut die lecken den ab so stück ich weiß nicht ob ich den namen schaden macht ich habe schon ein paar zivilisten verloren ich habe nur zwei schwachsteller und den rücken ach mein gott explodiert also noch ich glaube es nicht du da hinten kollege und einfach in dem boden verschwinden man kann ich bei granaten benutzen dieser waffe da sind doch noch spritzen 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 ich weiß noch da ging zum höhlenmenschen mit dem hammer der dann fahrt aber habe ich gedehnt wer oder der andere ich werde ja völlig die luft geschleudert man kann schon wieder zu viele leute hier hat warum nehme ich eigentlich nicht mein ding zum suchen ich habe seine waffe weggeballert jetzt hat er keine schutzwaffe mehr der mit dem schild jetzt habe ich ihn du kannst ja auch entwaffen dann versuchen dich zu treten nein 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 da ist noch einer atst 1 2 3 ich habe mein kanadwerfer gewechselt also rollt um den ganzen block ja meine kanad ich habe gerade eine granatwärme keine granate getroffen haben hat sie meine hand war und ich bin mit einschuss weg gewesen wie bist du in da oben gekommen kollege dann sind sie ja in sicheren händen das bräuchte ich noch meinen kanadwerfer der stirbt leider nicht mit einem schuss durch mein ding ich weiß gar nicht ob ich den schaden macht damit weiter ich noch mal von mein kanadwerfer und verziehe mich da war noch mal da haben wir noch blaues dingen dann schon gesehen ja mein gott das ist jetzt nicht zu fassen ich bin auch genau ob die amizieren blöding hatten da ist ein halk ich glaube nicht ob ich den treffe obwohl der laufgast ein bisschen näher ich glaube ich habe ihn vielleicht muss ich ganz genau treffen ich habe das letzte an den einen drangeheftet der hätte gar nicht aus welchen dürfen der hat aber voll überlebt da gibt es nicht okay ja noch viele gegner die uns verfolgen wir haben keine taktik ausrüstung ja hier habe ich auch jetzt welche dann werden wir immer blaus ja noch da will ich nicht hin ja aber da ist noch immer drohtes auf der karte in der nähe sie habe ich bei schützen das evakuierungsgebiet frage wo die sein könnte diese bedrohliche taktik losse nicht so bedrohlich nach so weiter wo sei da okay wall ja 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 da war machst du ihn auch schon wieder hinten auf dem feld mit dem markierwerfer müssen wir da hoch damit dann können wir ja richtung evakuierung oben habe ich da auch gerade eingesammelt jetzt noch eine seltene so hey nein 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 lass mich heilen lass mich heilen lass mich heilen auf der lich kopf gemacht ja die herrlich nicht sein oder ich lande einfach da rein ich war beim mann von der situation kann ich aber draußen ein was war ich bin so was war tot ja das ist ein halb es ist außerhalb von dem ding wo ich gerade war ich werfe mich auf den halk also warum lebt der noch ich habe gerade passiert ich hatte die aufgelistet bevor ich gestoppt wir wollen wir schauen ich hatte die ausschenschaft gemacht ich habe nicht schon wieder kaputt gemacht mal so was von weg das ist schon wieder abgefallen ist war naja er da ist direkt hinter uns der halk schnappe seine proben und verschwinde von mir gehst du weg mann ich arbeite daran also unsere ganzen proben na ja das ist ja gar nicht meine 24 und 2 das heißt nichts so eine fabrik für sie auch also nur ein laser ich nehme deine proben und da war überhaupt richtig ja aber hier ist eine so müssen wir lang müssen gar nicht sagen wir sind da lang schade doch mal meine Bräder oh Leute Geht ihr weg was? und nach oben welche nein nicht schlitzen nicht schlitzen ich darf leute hier Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, Entschuldigung, du weißt, ich glaube da habe ich nicht ein bisschen gestreift Ich habe mich doch geheilt, boah, Leute Alter, ich will nur noch meine Probe Leute, was ist los? Ich bin hier schon wieder, warum kommen wir jetzt auf die Fresse? Hey Leute Ich will nur die eine Probe haben Meine Fresse Jetzt habe ich schon wieder meine ganzen Waffen nicht hier Ich kriege hier Leute kotzen Na Nein, geh weg Ja Wo soll ich ausweichen, ne? Nur die Basis von Baus war ich Oh mein Gott Na raus hier Kann so ist mir Ich bin nach Hause Oh 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 Krieg ist Ende Verstehen wir haben mit den geschützten mit den panzern oder warter auf dem planeten ich habe meine auf platziert aber ist auch nicht explodiert weil ich kaputt ja doch wenn adler oder so kaputt ja ich brauche eine andere waffe die ist nicht nicht so dolle ich habe singelt wer kann ich kann ich nichts machen wenn ich nur dieses hoch exklusive scharfschützen gewährten